Mein Name ist Jack Griffin und ich will nicht hier sein. Sie heißen Jack, richtig? Aus Harvard. Ja. Oh, wow. Dieser Lehrer. Ihr seid müde Teenies. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein Nickerchen zu machen. Ist ne Klasse für sich. Die wird euch umhauen. Die neue Serie. Unterrichten Sie uns wirklich gar keine Biologie? Vielleicht kommt ja Pablo Picasso und gibt euch Fahrunterricht. Was er Ihnen beibringt, steht in keinem Lehrbuch. Könnten wir für ne Sekunde draußen reden? Wissen Sie was? Kommen Sie her. Okay. Mr. Griffin. Kein Bock auf Schule. Morgen 23.10 Uhr. Pro 7.